Erich! 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 Wir warten weiter mit der Endpunkt. Auf Warte 2. Erich Mayer. TSG Halle Neustadt gegen Osama. Arud RSV Mersebon. 25. 25 kg auf Warte 2. Erik Leity ist die Halle-Wattstadt gegen Osama Ali. MSV Merseburg, 25 kg auf Warte 2. Weiter geht's mit Ihnen auf Warte 1. Tim Gebauer, SV Halle in Rot gegen André Vorweg, SV Halle in Blau, 31 kg auf Warte 1. Tim Gebauer, SV Halle gegen André Vorweg, SV Halle, 31 kg auf Warte 1. chess, habe ich mit ihm auf Warte 1, 2. Ein Himmels, noch einer vom Kampfgewicht, geben Sie Ihre nicht-aktiven Akteure hinter die Absperrung. Werke, Betreuer und Trainer, bitte hinter die Absperrung treten. Werke, Betreuer und Trainer! Renni Benzl, bitte zum Kampfgericht, hier zur Hüte. Wirke, Präsident! Bitte treten Sie hinter die Absperrungen, sonst müssen wir die Landesmeisterschaften pausieren lassen und abrechnen. Bitte treten Sie hinter die Absperrungen.